Wir kommen in die Fläche, der Backside Corner bleibt sitzen, der Strongside Corner geht rauf und so rotieren wir durch mit die Safety um. Tiefgrünig, mit viel Flexibilität und klaren Richtlinien nach vorne. Prost! Prost! Wenn man dumm ist, muss man laufen, hat er gesagt. Ein normaler Saisonpreis, ein Fuffi und ein Tatscher, ein Hunderter. Ein Tatscher, ein Hunderter, gleich drei Stücke. Ich kaufe drei Stücke. Ich möchte mich für allen euch, die ihr heute hierher gekommen seid, um uns zu unterstützen, recht herzlich bedanken. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Wir geben uns jedes Jahr Mühe und wir sehen, es findet Anklang. Deswegen werden wir so weitermachen und hoffen, mit eurer Unterstützung noch viele, viele Projekte in die richtigen Bahnen zu lenken. Von Zeiten der Zebropor möchten wir dir noch 500 Euro zur Forthilfe geben, als Spender, als Kleiner und hoffen, es hilft und weinten. Juhu!